Okay, böser Junge, dann komm mal her. Perfekt. Hallo? Gut, der hat nichts gehört. Ringgeschosse. Danke. Die könnten wir doch gleich bei dem hier benutzen. Bis der Mini nicht in die Quere kommt. Gute Nacht. Gute Nacht. So, du kommst auch dahin. Zu der Leiche. Ich muss immer überlegen, wenn der mal aufwacht. Eine Leiche! Und dann rennt er voll weg. Eigentlich voll fies. So eine Leiche. Das ist ja witzig. Dann gehen wir weiter. Obwohl, Moment. Da ist ja noch eine Tür. Ah! Ist doch einer von den Bösen. Nein. Okay. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Besser ist, ich geh hier durch. Aha! Aha! Jetzt ist alles dunkel. Hey! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier. Ah, na dann. Willkommen im Team. Danke. Du musst Bops Ersatz sein. Jo. Gut. Ich sag's nicht gern, aber Bob hat öfter mal einen über den Durst getrunken. Das ist nicht gut. Ach nein, das stimmt. Konntest du schon die Spannung der Fahrrad überprüfen? Ähm, noch nicht. Das wollte ich gerade tun. Na dann los. Ich kann nicht anfangen, bevor ich nicht ein Okay habe. Ja sicher. Ich komme zu dir, wenn ich fachlich bin. Danke. Hm. Drei Stück. Ja, dann schnappen wir uns mal den ersten. Da ist jemand. Komm. Komm schon. Hä? Ah, da ist er ja. Hi. Hi. Und tschüss. Okay. Ab in die Ecke mit dir. Nummer 1 ist ausgeschaltet. Kommen wir zu Nummer 2 und 3. Ein Taser liegt hier oben. Danke. Du bist mein nächstes Ziel, oder? Tatsächlich. Du sitzt hier rum, wie ich bin nicht bestellt und abgeholt. Du bist keiner von dem schlechten Sinne. Nein. Es ist nur der hier. Ablenkungssystem. Danke. Okay. Der ist aber böse. Ja. Aber der Bulle sieht ihn. Das wird nicht einfach. Oh, das wird gar nicht einfach. Schnappen wir uns als erstes. Den hier. Oh, der wird angestrahlt. Oh, super. Ich bin noch nicht im Licht. Nein. Okay. Der Bulle ist auf der anderen Seite. Wenn der Bulle weg ist, mit dem Rücken zu mir ist, dann kann ich ihn mir schnappen und abmurksten. Na dann. Los. Los. Komm mit. Die linke Ratte. Schlafen muss. Leider darfst du nicht nur schlafen. Du musst sterben. Ja. Hat es geklappt? Ja. Wäre ja doof, wäre nicht. Okay. Jetzt muss ich den herlocken. Alles klar. Der kommt auf. Braver Junge! Ach. Okay. Er schläft. Jetzt, wie schalte ich den Bullen aus? Auf die Treppe kann ich bestimmt nicht hoch. Ich habe eine Idee. Sieht er mich? Ja. Gut. Hier in die Ecke. Moment. Hier strahlt kein Licht. Alles klar. Ach nein! Das war wohl nichts. Nein! Schon wieder falsch! Verdammt! Das gibt es doch nicht! Jetzt habe ich... Nein! Schon wieder falsch. Jetzt muss ich sie holen. Verdammt! Hoffentlich ist da kein Licht. Ach, da ist ja gar kein Licht. Wie sie alle da hängen. Das bringt mir ja wenig. Das ist... Jetzt aber. Das muss klappen. Ich habe mir das so gut ausgedacht. Der ist in den Darm. Ja genau! Komm her! Und schlafen. Und schlafen. Und schlafen. Mist! Er schläft aber. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Mist! Das ist bestimmt hinter Panzerglas. Nein! Lieber nicht! Wie mache ich denn fertig? Jetzt kommt er wieder raus. Wenn er rauskommt, ist er tot. Ja! Tschüss! Gute Arbeit, Fischer! Wie immer! Lambert! Er hat mir sogar was mitgebracht! Hm. Nichts besonderes. Das ist der Hilfekasten. Was? Ah! Da ist der andere. Und der ist tot bestimmt. Okay. Was ist hier? Gibt's nichts? Die Tür? Ah! Stehen da welche? Ich weiß es nicht. Okay. Band 1 oder Band 2? Ich glaube ich nehme das hier. Ich wusste da steht einer. Hinter den Koffern sieht er mich vielleicht nicht. Sehr gut. Ist das einer von den Guten oder von den Bösen? Ah! Der ist von den Guten. Licht aus. Hier sollte ich nicht weiter. Aber hier. Da ist aber auch noch einer. Von den Guten oder von den Bösen? Tatsächlich. Auch von den Guten. Okay. Dann geht's weiter. Was blinkt denn da? Keine gute Idee da durchzugehen. Sieht aus wie Laser. Nein, nein, nein. Machen wir den mal durch. Scheiße, da ist schon wieder einer. Ich hoffe der ist jetzt mal von den Bösen. Nein, verdammt! Was? Also gut. Was? Du bist voll in der Rauchwolke. Du blöder Penner. Ach, wie es nichts gebracht hat. Das war ja mal ein wirklicher Epic Fail. Und jetzt? Verdammt, und jetzt? Ich weiß wie. Schlaf gut. Nein? Doch. Okay. Ey, wieso komme ich hier nicht rein? Achso, okay. Okay, wie gesagt, das war eine von denen. Okay. Geschafft. Munition, sehr gut. Rauchgranate und Munition. Sehr gut. Kann ich das nochmal nehmen? Nochmal. Okay, aber jetzt reicht's. Jetzt ist zu viel. Aus. Ich lad nach. Gut. So, das war's. Dann gehen wir mal durch die Tür. Okay, sauber. Dann gehen wir mal hier. Hier hoch. Alles klar. Der letzte Abschnitt. Es gibt Neuigkeiten, Fischer. Es scheint, als seien zwei weitere Terroristen in der Wartehalle und im Bürobereich. Fischer, du darfst keinen Terroristen am Leben lassen. Das ist zu gefährlich für den weiteren Verlauf der Mission. Okay. Nur ein böser Mann. Okay, versuchen wir's.